Unweilig, jetzt schon! Boah, ich hab mich ja, war ordentlich abgedrängt, von allem. Bitte da oben, dann... Rams everyone in your end, man. Was worth it? Shit the fuck! Was ist weg? Entschuldigung. Hi! Oder Nipo? Ah! Danke! Der war super! Der war so geil, toll! Ich will auch mal geblieben. Das war's. Der war so geil, der ist ja eh, war so geil. Und dann, man geht vorhin, ist nicht sicher, der wird nicht schlafen. Ist ja eh, war das! Guck mal, dann geht's, wenn du jetzt nicht schlafen kannst. Guck mal, dann geht's nicht so schnell! Guck mal, ich guck mal, ich guck mal vorbei, Herr Dickens! Guck mal, dann geht's nicht so schnell! Guck mal, dann geht's! Ich bin der Erste, ich bin der Erste, ich glaube nicht. Geil, der Super. Ich bin verkeistert. Ich bin schwer, mich verkeistert. Ich hab mich nicht abgedreht. Ich hab mich nicht abgedreht. Hettgefahren. Ich hab das mal festzuhalten. Ich hab das mal festzuhalten. Nö? Nee, 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 nee. Den fassen noch langsam weiter. Den fassen. Sooo dicht. Das klingt jetzt so weit. Du witzig, ne? Falls. Du witzig, ne? Oh, guck den auch, guck den auch! Du witzig, ne? Du witzig, du witzig, ne? Du bist nochmal geprobt, dann schnett den Arsch macht. Du, weil du mich einfach hier vorbeikommst, das hat ich halt nicht stür. Ich schnett mal, du, Mann. Ja und? Ja das war ich. Da hat man es blöde an sich, die waren nicht vorbei. So was. Genau. Schöner Reihe, kommen wir euch. Ich hab irgendwie vorbei geguckt. Aber ich hatte 40km. Wie bitte? Wie bitte?